Ah, cool. Das wusste ich auch noch nicht. Naja, bei GTA 4 war es zwar so, aber wenn das hier ist, dann ist das auch cool. Gut. So, mal schauen, wo der Konvoi ist. Dann positioniere ich mich mal hier schön. So, mal schauen. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 so ist nur noch einer warte mal ich mach das anders ups das war nicht beabsichtigt und zack gehört das ding mir komme ich hier rechts rein nicht schneller ich kürze mal lieber nicht ab weil der ist nicht gerade der schnellste aber das ging relativ einfach einfach blockieren die straße wir brauchen ja nur die ausrüstung und nicht den truck hoffe ich mal weil wo kriegt man so einen rad her außen man fliegt den reifen aber das ist auch eine scheiße arbeit wenn es schrot war dann ist ja eh nicht nur eine kugel im reifen sondern dann dürften das mehrere im reifen sein und dann ist eventuell auch noch die felge beschädigt und der cloud muss ich lieber neun aber jetzt geht die karre auch ganz gut alter ja mir ist es scheißegal wer den rekord gebrochen hat jetzt hat sich das erst connected eigentlich ist es ja schon von anfang an ich bin ja mein account sie connected mit socialblade mein gamertech account mein xbox live account wow das tor kam erst danach was kopfgeldjäger so irgendwo ist hier noch ein m habe ich gesehen da oben ja so ist richtig ja mach ich dann erst will ich aber dieses diese nebenmission da noch machen mit michael m dürfte michael sein so ich will trotzdem mal gucken wie weit wir eigentlich sind statistik 46 45 45 okay dann haben uns doch 30 gefehlt aber immerhin 46 prozent hier ist ja gar nicht mehr so schlecht also die hälfte vom spiel haben wir jetzt durch nach in etwa 17 18 stunden sowas und das gesuche das wird auch noch einiges an zeit in anspruch nehmen also kann man sagen das spiel hat ja vielleicht 100 stunden ist vielleicht ein bisschen viel mit online ja aber ohne vielleicht so 70 80 stunden aber allerdings werde ich jetzt nur die story hier let's plane und den rest den werde ich so für mich machen weil ja eigentlich war hatte ich eh nicht gedacht dass ich so lange spiele aber da ist jetzt mir doch so viel spaß macht das zu spielen und dabei ist es nicht als nerven empfinden headset aufzuhaben und dabei einfach ein bisschen was zu labern ist das eigentlich ganz okay okay es gibt doch gas hier fahren lauter so zu bullis rum jetzt sehe ich tiere um maß mal eins überfahren ja chill doch mal tja selber schuld wenn ihr weg steht so was ist das jetzt hier ich weiß gar nicht ob das michael ist nee das sind diese gesetzesüter oder diese im migrantenjäger oder ne migrantenjäger irgendwie sowas es ist du was du du was du 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 okay Alter, was hätte der mich getroffen? Alter, das Teilhaut ganz schön was weg. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist mein Haus. Ich habe meine Papier hier. Oh ja? Well, let me see that. Oops, Isaroko Iskachini. Du wirst nicht weg mit das. Ich reporte dich. Ha 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 ha, du wollen mich reporten? Okay, das ist nicht so freaks. Ha 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 ha. Hast du sicher, dass dieser alte Mann ist eine Angelegenheit zur Freiheit der Amerikaner? Ich bin sicher, dass ich gar nicht so etwas bin. Jesus, du bist ein echtes Fuckwit. Wie hast du deine Hand auf dieses Fahrradfahrt gemacht? Ich bin ein Proud Parkranger, mein Freund. Ein Professionell der Angelegenheit. Er hat Spaß gemacht. Und Joseph hier, ich bin nicht sicher, was er für ein Leben macht. Du siehst, wir Menschen, wir sprechen nicht über uns selbst. Wir sind zwei Pro-Amerikans, und das ist alles, was ich weiß. Das ist alles, was ich weiß. Angelegenheit. Angelegenheit, niemand geht. Da, da, auf der Bicke. Auf dem, Trevor. Oh man. Well, das ist eine Angelegenheit. Wenn ich jemanden gesehen habe. Probierlich Köln-Tel-Members. Oder Kinder-Molester. Geh, geh, sie sind weg. Wer sind die Leute? Wer sind wir? Wer sind wir? Wer sind wir? Wir sind amerikanische. Gorde amerikanische. Er spricht nicht englisch. Ja, aber er kann den nationalen Anthem singen wie ein Choir-Boy. Alter, die sind gar nicht mal so langsam, ey. Wacky-Backy? Was ist Wacky-Backy? Ja, was mache ich denn? Ich gebe doch schon Gas. Wie blöd. Ah, hier links ist der Knast. So, jetzt komme ich ihn näher. Das geht nicht mal. Oh. Wacky-Back. 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 Alter, ich komme einfach nicht an sie ran. Alter. Alter, ich werde dich wiederholen, verstehst du mich? Okay, okay. Los geht's, buddy, du kommst mit uns. Yeah, yeah, andelé, andelé. Come on, move. In der Fahrt, jetzt. Ich sage, move, oder ich werde dich wiederholen. Ich bin in, okay? Trätschle. Da rein! Was? Geh, Auto, geh jetzt. Okay! Jesus! Dvilg dich, oder ich werde dich verúnen. Geh, geh, f***er, geh! Mach es schnell, ich gehe, ich gehe! So, jetzt haben wir die und wohin jetzt? So, jetzt habe ich Ausdauer voll. Wow, was war das hier? Boah, ich habe es gewusst! Ficken! Fickt euch! Fickt euch! Gibt es doch nicht! Mann! That's not possible!